BigBlueButton – Greenlight Bei Greenlight handelt es sich um eine benutzerfreundliche Oberfläche, mit der angemeldete NutzerInnen eigene Webkonferenzräume erstellen können und Meetings mit dem Webkonferenzsystem BigBlueButton abhalten können. Die Anmeldung erfolgt über den Button Anmelden mit den bekannten Anmeldedaten. Eine Registrierung für Externe ist an dieser Stelle nicht möglich, jedoch können externe Teilnehmende jederzeit zu Meetings eingeladen werden. Nach der Anmeldung lande ich auf meiner persönlichen Greenlight-Oberfläche. Hier sehe ich meine Räume und im Reiter Aufzeichnungen alle Aufzeichnungen aus allen Räumen. Oben rechts steht mein eigener Name neben einem vorgegebenen Avatar. Unter dem Menüpunkt Profil könnte ich einen eigenen individuellen Avatar hochladen, zum Beispiel ein Foto. Mit Klick auf das Logo komme ich zurück zu meiner Start-Oberfläche. Die Räume, die ich selbst angelegt habe oder auf die mir Zugriff gegeben wurden, sind hier in chronologischer Reihenfolge zu sehen, das heißt der zuletzt benutzte Raum ist vorne. Systemseitig ist im Standard immer der Startraum vorangelegt, weitere Räume kann ich aber jederzeit erstellen. Ich erstelle hier einmal einen neuen Raum, dafür gibt es den Button Neuer Raum. Ich gebe dem Raum einen Namen und bestätige mit Raum erstellen. Wenn ich auf den Raum klicke, lande ich im Kontextmenü des Raumes. Von dort aus kann ich alles Wichtige einstellen. Reiter Aufzeichnungen, hier werden zukünftige Aufzeichnungen gelistet. Reiter Präsentation, hier könnte ich eine Präsentation hochladen, die dann anstelle der Standardpräsentation im Meeting zu sehen ist. Reiter Zugriff, hier könnte ich KollegInnen Zugriff zu meinem Raum geben, sodass diese den Raum mitnutzen können. Hierfür tippe ich einige Buchstaben des Nachnamens ein und erhalte Vorschläge. Reiter Einstellungen, hier nehme ich die generellen Raumeinstellungen vor. Den Raumnamen ändern, optional einen Zugangscode für ZuhörerInnen generieren, wenn ich den Zugang beschränken möchte, optional einen Zugangscode für ModeratorInnen generieren, wenn ich externen Personen entsprechende Rechte geben möchte. Unter den Nutzereinstellungen kann ich verschiedene Änderungen machen, zum Beispiel erlauben, dass der Raum aufgezeichnet wird, das mache ich hier direkt mal, den Raum nur für Personen in meiner Organisation zugänglich machen, den Eintritt von TeilnehmerInnen von der Zustimmung der Personen der Rolle Moderator abhängig machen, allen, die eintreten, die Rolle Moderator zukommen lassen, NutzerInnen anfangs stumm schalten, auch das mache ich. Und schließlich könnte ich an dieser Stelle auch den Raum löschen. Möchte ich jetzt jemanden zu einer Webkonferenz in dem Raum einladen, kann ich den Einladungslink über den Button Einladungslink Kopieren, Kopieren und Weitergeben. Klickt die Person, die eingeladen worden ist, dann auf den Link, sieht sie eine Begrüßungsseite und kann nach der Eingabe des Namens und dem Einverständnis, dass die Sitzung aufgezeichnet werden kann, der Konferenz beitreten. Zu den Aufzeichnungen. Habe ich dann eine erste Aufzeichnung, ist diese erst einmal standardmäßig geschützt. Das heißt, nur ich und eventuell KollegInnen, falls ich den Zugriff zu einem Raum geteilt habe, könnten diese über den Button Präsentation anklicken. Ich kann die Sichtbarkeit aber auch auf öffentlich ändern, dann können alle, die den Einladungslink haben, die Aufzeichnung aufrufen. Die anderen Sichtbarkeitseinstellungen bringen keinen Mehrwert. Diejenigen, die den Einladungslink anklicken, sehen dann die Schaltfläche Aufzeichnungen anzeigen. Solange noch keine Aufzeichnungen öffentlich sind, sehen Sie die Information, dass es bisher keine Aufzeichnungen gibt. Sobald ich dann als Raumbesitzerin den Status auf öffentlich stelle, sehen Sie auch die Aufzeichnung in der Liste und können diese ansehen. Zum Schluss noch einmal zurück zu der Startoberfläche. Die Funktionen Einladungslink kopieren und Konferenz starten finde ich auch hier noch einmal wieder. Über das Kopieren-Icon kopiere ich den Einladungslink, über den Starten-Button starte ich ein Meeting. Und auch in den Icons oberhalb der Raumnamen steckt Information. Das Icon mit der Verknüpfung bezeichnet solche Räume, für die eine Kollegin oder ein Kollege mir den Zugriff geteilt hat. Für diese Räume bin ich automatisch auch in der Rolle Moderator und habe sämtliche Einstellmöglichkeiten im Raum-Kontext-Menü. Wenn ich den freigegehenden Raumzugriff über den entsprechenden Button lösche, verschwindet der Raum von meiner persönlichen Oberfläche. Auf der Greenlight-Oberfläche habe ich übrigens auch noch ein Suchfeld, um Räume nach bestimmten Begriffen zu filtern.